Einen wunderschönen guten Morgen beziehungsweise guten Mittag. Ich denke mal, wenn es hochgeladen ist, haben wir rund um die Mittagszeit und vielleicht erwische ich dich ja in der Mittagspause oder ja, im Urlaub, wie auch immer. Ich grüße dich herzlich zu deiner Seelenbotschaft. Mein Name ist Jacqueline und wir schauen in die kommende Woche. Hier gibt es die Wochenbotschaft vom 5. bis 11. August 2024. Ich bin sehr gespannt, was die Woche bringt, denn wir haben ein ganz besonderes Ereignis. Nicht nur, dass der Neumond die Energie noch nachschwingt im Löwen. Am 8.8. am Donnerstag haben wir auch das Lionsgate, das Löwenportal. Und das eröffnet uns eine ganz neue Energie. Wir sind in der Lage, diese Energie für uns zu nutzen. Wir spüren es natürlich sowieso. Doch wenn du dir die richtigen Fragen stellst, wenn du vielleicht die Transmeditation nutzt oder energetische Anhebung, dann kannst du da effektiv etwas für dich persönlich mitnehmen und zwar aufs nächste Level zu kommen. Denn es herrscht hier eine enorme Kraft an Selbstbewusstsein. Also alle Eigenschaften, die der Löwe so in sich trägt, werden, ich sag mal, bearbeitet, angehoben. Mir wird gezeigt, es geht aber auch sehr um Bewusstsein. Also ein höheres Bewusstsein zu kommen. Eine Erweiterung deiner Sinne möglicherweise. Und ich habe vor, bis dahin tatsächlich, ja, etwas zu zaubern, etwas anzubieten, wenn ich es noch schaffe. Bei mir ist es zeitlich gerade so ein bisschen herausfordernd. Denn ich finde es unglaublich wertvoll und ich für mich selber praktiziere es auch. Ja, also spannende Woche. Wir schauen. Du weißt, wie immer, Kollektivlegungen bitte auf dich umlegen. Das will ich mitnehmen, was mich richtig und stimmig anfühlt. Und die Anmeldung ist offen. Ich freue mich für die Energy Tarot Ausbildung Number Two. Wir starten im November. Und wenn du magst, melde dich jetzt an. Ich freue mich riesig. Eine weitere Ausbildung wird es ebenfalls nächstes Jahr geben, Start 2025. Und das ist die Lightworker Ausbildung. Da wird ebenfalls die Anmeldung bald geöffnet. Ja, aber wenn du Lust hast, das Tarot, das Kartenlegen mit deinem Hellsinn zu verbinden und vor allen Dingen der Fokus liegt auf diesen Channel Mood, auf deiner Intuition, dann sei gerne mit dabei. Und für alle, die heute beim Bundle mit dabei sind. Also, alles ist Energie und ich habe gewusste Energiefrequenzen, sprich natürlich mit gewissen Göttern, Tieren, was auch immer. Es werden noch ein paar kommen, zu tun haben, auf spezialisierte Themen runtergebrochen. Das heißt, du kannst jetzt Energie dorthin fließen lassen, zu einem Lebensbereich, zu einem Thema in deinem Leben, um dort effektiv anzusetzen. Und immer montags und dienstags finden die Energieübertragungen statt, die jeweils in dem Wandel mit drin sind. Und heute haben wir wieder Naga, die Schlangenkraft, also alle, die mit dabei sind, heute um 21 Uhr. Dann haben wir Seraphim, da geht es um die Liebe, um die Verbundenheit, um die Selbstliebe, um das Herz. Und wir haben Lakshmi und Lakshmi, da geht es um Fülle, Reichtum, Glück, Wohlstand. Also da in die Manifestation zu kommen. Und ja, falls du Lust hast, heute bis 20 Uhr dich noch anzumelden, einen Bundle für dich zu bekommen, da sind viele verschiedene Dinge, die du für dich nutzen kannst, dann sei noch mit dabei heute. Ansonsten alle, die nach 20 Uhr sich anmelden, das Bundle kaufen, die sind einfach nächste Woche mit dabei. Wir starten jetzt mit der Wochenenergie. Ich verbinde mich mit dem Seelenkollektiv. Jetzt kommt hier Finanzen, ne? Also, aber ich true sie nochmal rein. Vielleicht ein Hinweis für dich, das ist hier die Lakshmi-Energie, ne? Fülle, Finanzen, Materielles, Wirscharm. Ich verbinde mich mit dem Seelenkollektiv, mit der Woche vom 5. bis 11. August. 2024. Was ist die Hauptenergie, das Hauptthema in dieser Woche fürs Kollektiv? Worum geht's? Was ist das Hauptthema? Na, rastig aus. Gerade Finanzen ausgesprungen, jetzt kommt Wohlstand. Also, ich lade Lakshmi ein, die Energie hier mit an den Tisch. Anscheinend geht's genau darum. Es geht um Themen der Fülle des Wohlstands, die materielle Fülle, aber natürlich auch beim wahren Wohlstand geht es darum, dass man sein ganzes Leben sich selbst und das hier und jetzt in Fülle wahrnimmt. Ja, ich bin gespannt. In dieser Woche dreht sich viel um Angelegenheiten, Regelungen bezogen auf Finanzen, auf das Materielle, auf Planungen in der Zukunft mit Finanzen und den Materiellen und auch gleichzeitig um, bei einigen von euch, eine Investition. Das heißt, man nimmt einen bestimmten Betrag X und gibt ihn aus oder investiert in etwas rein, wo entweder, ja, es gut angelegt ist oder aber wo man zu einem späteren Zeitpunkt ein Outcome hat. Das ist sehr, sehr positiv. Wir schauen, was sich hier genau zeigt. Ich hätte hier gerne aber noch eine weitere Karte. Auf die Wohlstandkarte, auf die Hauptenergie in dieser Woche, eine ergänzende Karte. Wow, was? Ist das für eine Woche? Linescape, yes. Also, das Löwenportal schießt uns, wenn wir sie richtig nutzen, in die absolute Manifestation und Fülle, denn wir haben Wohlstand und Expansion, Wachstum. Also, es geht hier definitiv um den Wachstum, um den materiellen Wachstum, um die Manifestation. Das ist die Woche der Fülle, Woche der Manifestation. Ja, es geht darum, gewisse Dinge in seinem Leben anders zu machen als sonst. Andere Knöpfe zu drehen und den Schlüssel endlich dort reinzustecken ins richtige Schlüsselloch, damit sich eine Tür öffnet, die du nie wieder schließen möchtest. Herzschmerz, alles, was mit der Vergangenheit zu tun hat, alles, was mit Falschentscheidungen zu tun hat, darf wirklich losgelassen werden. Und da scheiden sich jetzt hier die Wege. Je nach Bewusstseinsstand, bist du in der Lage, diesen alten Schmerz loszulassen? Bist du in der Lage, ihn wahrzunehmen, ihm Danke zu sagen für das Wachstum, für alles, wofür er gut war und zu sagen, hey, ist okay, aber ich brauche dich nicht mehr? Oder hältst du daran fest? Oder hältst du daran fest und tauchst einen diesen Schmerz? Und wie äußert sich das, wenn man da tief reingeht in diesen Schmerz und sich nicht davon löst? Schuldzuweisung. So was wie innerliche Sätze, die entweder bewusst oder unbewusst ablaufen. Früher war alles besser. Hätte ich mich damals anders entschieden? Hätte er nicht das und das getan? Hätte sie nicht das und das gemacht? Alles, was dich eher klein hält. Wut bezogen auf andere Menschen. Also wenn du wirklich, auch wenn du was Schlimmes erlebt hast, wenn du immer wieder in die Energie reingehst, das ist kein Wachstum. Bist du bereit, in Wachstum einzusteigen? Bist du bereit, dein Mindset zu ändern? Bist du bereit, zu vergeben? Und wir sehen hier ganz klar, dass die letzten Wochen hier so ein bisschen auch Vorbereitung war. Heilung, Vergebung, also immer wieder, ja, wie so eine Wäsche, wie so Auswaschen, dass der Schmutz immer, immer klarer, feiner wird. Und jetzt holt man das Stück aus dem Wasser und es glänzt wie neu. Etwas, was glänzt. Etwas, was man ansieht. Das kann auch ein Mensch sein, in ganz neuem Licht. In einer ganz neuen Kraft und Energie. Ich höre gerade, in einer ganz neuen Kraft und Energie, Lakshmi. Ja, das ist so ein bisschen diese Energie. Erkenne die Fülle. Halte die Arme auf und lass es reinfließen. Und vor allen Dingen, habe Vertrauen. Vertrauen ganz, ganz wichtig. Und es geht nicht darum, dass du dir innerlich sagst, ich vertraue. Kennt ihr das? Es gibt ja auch immer so Menschen, die alles immer aussprechen. Verstehe mich nicht falsch. Kommunikation, Wahrheit sprechen, absolut. Bringt Klarheit, bringt authentisch sein. Bin ich absoluter Freund von. Aber es gibt Menschen, die sprechen Dinge aus, die es eigentlich gilt, zu fühlen und auszuleben. Und daran, dass sie das immer wieder aussprechen, merken sie, das ist wie das Füllen eines Loches, denn es ist nicht vorhanden. So, genau wie jemand, der immer wieder betont, ich vertraue dir, ich sehe dich, ich mache das und das. Also wirklich immer und immer wieder. Und vielleicht sogar an gewissen Punkten, wo es überhaupt nicht passt, wo du dir denkst, hä, warum sagt der das jetzt, wo es schon fast komisch ist. Naja, das Ding ist, derjenige oder diejenige ist nicht in der Lage, wirklich zu vertrauen. Deswegen muss man das immer wieder mit dem Kopf abrufen. Also, gehe wirklich in diesen State. Gehe in das Gefühl von Vertrauen. Das ist ja nichts, was du dir einreden kannst. Entweder du fühlst es mit deiner ganzen Seele oder nichts. Und wenn nicht, dann hast du etwas zu tun. Und zwar an dir zu arbeiten. Ganz einfach. Sich zu entwickeln, damit du genau dorthin kommst. Schauen wir. Eine weitere Karte, bitte, für die Woche. Worum geht es? Ergänzend, worum geht es? Hey, hello. Ja, das ist wow. Wir haben hier die materielle Fülle und wir haben hier die emotionale Fülle. Ein Wachstum, ein großer Wachstum in einem Aufblühen, in einem Loslassen, in den Gefühlen, in Verletzungen. Für jeden kann sich das hier natürlich, dieses Wohlstand, diese Fülle, dieses Wachsen, dieses Ausdehnen, dieses I am, dieses Ich bin. Ich bin und ich liebe es zu sein. Und das kann sich natürlich in jedem unterschiedlich auswirken. Wir stehen alle woanders und das ist okay. Jeder in seinem Prozess. Doch hier in dieser Woche hast du die Möglichkeit, next level. Komm in deine Manifestationsenergie, nutze sie. Mega. Schauen wir in die einzelnen Tage. Ich lege nach der Reihe auf, Montag bis Sonntag. Wir schauen, was dabei ist. Yes. Wohlstand, Expansion. Ja, Jupiter, planet Jupiter. Frage dich. Wird mir gerade durchgegeben. Frage dich, was soll groß werden in deinem Leben? Was soll groß werden in deinem Leben? Und frage dich, wie groß es bereits jetzt ist. Montag bis Sonntag. Wir schauen in die Tage rein. heutiger Tag, zweiter Schwerter. Dienstag. Mittwoch. Donnerstag. Freitag. Samstag. Und da haben wir noch mal die materielle Fülle am Sonntag. Unterer Kartenrand. Was geht weg? Fünf der Schwerter. Viele von euch gehen aus diesen sich klein halten für andere, anderen alles recht machen, gehen da raus. Und dieses rausgehen könnte dem Umfeld vielleicht nicht ganz so gut gefallen, weil man dich so nicht kennt. Und für mich ist das nicht ein Prozess, der da irgendwie vorsätzlich stattfindet. Das ist wie ein natürlicher Prozess. Das heißt, das ist von dir ganz natürlich gegeben. Das ist ohne Widerstand. Aber der Widerstand ist dein Gegenüber. Der denkt sich, warum macht er sie das nicht so wie sonst? Und das zeigt dein Bewusstsein, dein Wachstum an. Mit den zwei der Schwertern am Montag haben wir hier den Wunsch nach Klarheit in einer ganz bestimmten Situation. möglich eine Entscheidung. Ja, Klarheit, Reise, Bewegung. In welche Richtung soll man gehen? Möglicherweise noch Köln. Spass. Ja, in welche Richtung soll man gehen? Was soll man jetzt machen? Was soll man einschlagen? Welchen Weg? Welche Reise? Das kann natürlich auch mit gewissen Terminen zu tun haben oder mit Dingen, die man machen möchte. Welche Reise soll man antreten? Was ist hier das Richtige für mich? Du darfst Kopf, Herz, Bauch, alles mitnehmen. Aber der erste Funke der Intuition, das ist der, der für dich wichtig ist. Die Reise, die findet sowieso statt. Die Frage ist nur, welche? Welchen Weg möchtest du gehen? Am Dienstag natürlich auch hier. Die Tage können sich mischen für dich persönlich, mit der Energie. Aber hier ausgelegt am Dienstag haben wir einen Menschen, der eventuell plötzlich an deiner Tür klingelt, dich anruft oder dich anschreibt, sich irgendwie bemerkbar macht, um etwas zu erfahren oder aber, um dir etwas vorzuschlagen. Ich höre, die Katze wird aus dem Sack gelassen. Was auch immer das für dich bedeuten kann. Es kann sein, dass du Klarheit bekommst und dass eine Möglichkeit im Raum steht. Und die Entscheidung liegt bei dir, diese anzunehmen. Das waren zu viele. Nochmal. Worum geht es hier? Ja, es geht um einen Vertrag. Und es geht hier handelt auch die Fülle mit den Fischen. Es geht um einen Vertrag. Es kann sein, dass du vielleicht sowieso schon mit einem Gedanken spielst, dass du vielleicht ein Treffen, eine Verbindung, ein Projekt, wie auch immer. Und dass sich das noch besser gestaltet, als du gedacht hast. Also auch hier entscheide aus Fülle und gleichzeitig wird es eine positive Überraschung geben. Jemand, der dich vielleicht auch sehr faszinierend findet. Ich höre, eventuell gemeinsames Wachstum. Am Mittwoch haben wir sechs der Schwerter. Das ist hier die Reise der Übersetzer in etwas Neuem und gleichzeitig das Unbehagen, in was für Gefühle man übersetzt. Worum geht es? Jemand schaut auf dich. Auf dich. Jemand schaut auf dich. Jemand schaut auf dich. Von oben. Also jemand, der nicht mehr unter uns ist. Oder aber eine Energie. Diese Energie ist an deiner Seite, weil sie dich unterstützen möchte. Beim Übersetzen, metaphorisch gesprochen. Du beschäftigst dich mit der neuen Richtung, wo es hingehen soll. Mit etwas Neuem. Mit dem, was du erreichen möchtest. Und du bekommst Energien an deiner Seite, die dich unterstützen, die dich anschieben. Die dir die richtigen Fügungen bringen, die richtigen Menschen. Hab Vertrauen, auch wenn noch nicht alles sichtbar ist. Also wenn du das Land noch nicht siehst, ist es fühlbar. Hab Vertrauen. Folge den Zeichen. Folge diesen Impulsen. Sehr schön finde ich das. Wir haben hier am Donnerstag 10 der Kelche. Hier ist Lionsgate, der 8.8. Wisst ihr, was spannend ist? Warum dieses Datum besonders, also noch mal mehr besonders ist? Denn der 8.8. Hat ja mit der numerologischen Zahl 8 schon eine besondere Frequenz. Jetzt sind wir allerdings noch im 8.Jahr. 2024, Quersummer 8. Und das, ja, ergibt noch mal eine ganz, ganz neue Energy. Du bist in der Lage, in ein Portal einzutreten, wo du über dich etwas erfährst, was dir so noch nie bewusst war. Was deine Aufgabe betrifft, deine Bestimmung, dein Sein, das, was dich ausmacht. Ich habe, ich muss das wirklich, ich hoffe, ich schaffe es. Es kann wirklich für sehr viele sehr, sehr nützlich sein. Eine energetische Trance, die dich genau dorthin führen kann, wo wir diese Energie nutzen und lenken. Ansonsten wirst du natürlich geleitet werden. Du bist hier begleitet von den Energien. Und nutze diesen Tag einfach ganz bewusst. Beachte alles, was dir passiert an diesem Tag, wie du dich fühlst, welche Menschen dir begegnen. Wie auch immer. Also, du bist in einer sehr guten Energy. Wir haben Zehn der Kelche und darauf die Sendung. Du verabschiedest dich von allem, was nicht Zehn der Kelche ist, sprich, was für dich nicht Fülle ist, was sich für dich nicht gut anfühlt. Jeder, der um die Ecke kommt mit irgendeinem Bullshit, sagst du Dankeschön, auf Wiedersehen, kannst direkt umgehen. Aber aus Liebe. Ist fein, weil du dir selbst mehr wert bist. Ganz einfach. Freitag, die hohe Priesterin. Einziger großer Akana in dieser Woche. Die hohe Priesterin zeigt, dass du einfach sicher bist. Vielleicht, je nachdem, was du auch wirklich an diesem Donnerstag mit diesen Energien oder in der Woche erfährst, aber es zeigt, du bist auf dem richtigen Weg. Du fasst mehr Vertrauen. Du lässt dich führen. Von den Energien, von dem feinstofflichen, von deiner Intuition. Du hast so ein bisschen den siebten Sinn. Vorahnungen oder einfach, dass du weißt, was gut für dich ist. Auf allen Ebenen. Gesundheitlich, Essen, Menschen, Umfeld, Orte. Vertraue dir selbst. Das ist Fülle. Einfach intuitiv sich dahin zu bewegen, wo es sich gut anfühlt. Und dann wird es dir noch besser gehen. Und all das, wo es sich zusammenzieht. Bleibe fern. Klärung. Auf die hohe Priesterin eine Karte. Der Neubeginn und die Veränderung. Ja, du bist dein eigener Neubeginn. Du bist der, diejenige, die die Entscheidungskraft hast, zu sagen, ich mache neu. Ich gehe neue Wege. Ich erfinde mich neu. Ich bin mir meiner selbst bewusst. Du planst ein Neuanfang. Und das kann, wie gesagt, für jeden Unterschiedliches sein. Einen neuen Job, eine Reise. Das kann auch etwas sein, was damit zu tun hat. Neue Möglichkeiten, neue Projekte, eine neue Arbeitsstelle für jeden hier. Natürlich ganz unterschiedlich. Und dennoch hat es überall die Energie von neuen Wegen. Und neue Wege der Manifestation haben wir hier. Ja, du bist bereit, ein Nest zu verlassen. Und zwar das Nest des kleinen Kindes in dir. Oder das, was dich klein hält. Das, was immer sagt, ja, aber du musst in diesem Nest bleiben. Dort bist du sicher, das wird gehen. Für die Allermeisten wird das gehen. Und da sind wir in der kindlichen, vergangenen Energie. Sechs der Kelche. Worum geht's? Das, was aufwirbelt, eine Erkenntnis, die lange verschlossen war in dir. Und du erkennst, dass ein ganz bestimmter Ort aus deiner Vergangenheit, also ein wirklich physischer Ort, dich ruft. Aus einem ganz bestimmten Grund. Und dieser Grund ist für jeden unterschiedlich. Weil dort entweder eine Energie, eine Kraft, eine Frequenz oder aber eine Erkenntnis auf dich wartet. Entweder kannst du dich in Meditation visuell mit diesem Ort verbinden und ihn besuchen oder aber, je nachdem, du besuchst diesen Ort. Wir schließen mit den neuen der Münzen ab am Sonntag. Jawohl. Mit der Fülle. Und das ist der absolute Hammer. Denn wir haben hier die Wunscherfüllung, den Stern und dich selbst. Egal, ob Mann oder Frau. Du bist die eigene Fülle. Du lebst die Fülle. Du bist hier, und das kann ich wirklich so sagen, in der Lakshmi-Energie. Die Göttin der Fülle, des Wohlstands, des Glück, die dir mitteilt, es ist genug für alle da. Und du bist in der Lage, alles in dein Leben zu ziehen. Du bist es wert, das zu erreichen, was du dir von Herzen wünschst, wo dich deine Seele hinführen möchte. Und du bist immer reich. Du bist ein Geschenk Gottes. Und diese Energie, es wird dir bewusst werden, du wirst es fühlen, wie auch immer. In dieser Woche erhältst du ein ganz, ganz großes Geschenk. Und das könnte mit einem großen Wunsch, Traum zu tun haben. Etwas, wo du als Kind schon von geträumt hast. Und vielleicht ist es nur wie ein kleiner Türöffner. Vielleicht ist es eine Einladung zu deinem Wunsch. Vielleicht ist es aber auch das große Ganze. Eine Woche der neuen Wege und der Manifestation. Nutze diese Vibes ganz effektiv für dich. In dieser Woche hast du das Potenzial, in Fülle umzuswitchen. Und ja, das zeigt mir, dass ich definitiv da auch mehr Zeit für mich in dieser Woche verbringen darf. Denn das sieht großartig aus. Ein Rat des Universums zum Abschluss, bitte. Ein Rat des Universums. Boah. Oh mein Gott. Ich raste hier vollkommen aus in dieser Legung. Jetzt mal ganz ehrlich. Wir haben die Woche des Lion's Gate. Und wir haben die Woche der Fülle. Wir haben hier die Woche von Materiellem. Also reine Solarplexus-Energie. Jetzt fällt hier der Löwe. Waking the Lion. Erwecke den Löwen in dir. Und ich glaube, das tust du, wie das hier aussieht. Denn der Löwe ist der König. Ein weiterer Hinweis auf die Fülle, auf diesen Wohlstand, den du bereits besitzt. Öffne deine Mähne. Erhebe dich und genieße das Leben. Und empfange. Also, die Botschaft hier. Halte die Energie hoch. Beschäftige dich mit mit allem, was dir in den Sinn kommt. Und habe genug Selbstbewusstsein, um deinen eigenen Weg zu gehen. Weil wir hier so in dieser Energie sind, verbinde ich mich jetzt wirklich mit Lakshmi und möchte eine Karte, eine Botschaft von ihr bitte für die Woche, für die Legung. Eine Botschaft von Lakshmi. Sing Beyond. Wenn du das erkennst, was bereits hinter dir liegt, wenn du die Zusammenhänge erkennst, kannst du Einblick nehmen in das, was vor dir liegt. Der Schlüssel ist im Jetzt. Du bist vor einer großen innerlichen Wandlung in das Absolute, in deine Manifestation, in einem Bereich in deinem Leben, wo du es vielleicht für gar nicht möglich gehalten hast. Es geht hier darum, dass du erkennst, wie kostbar du bist und dass jeder aufgetankt ist mit einem Nektar. Und dieser Nektar, jeder einzelne Tropfen, ist so einzigartig und für etwas ganz Besonderes im Leben bestimmt. Und du kommst in dieser Woche in den Genuss diesen Nektars. Und dadurch, dass du erkennst, wie süß und wahrhaftig pures Gold es ist, bist du in der Lage, das zu nutzen, für dich ganz persönlich. Du bist in der Lage, in dieser Woche mehr über dich selbst zu erfahren. Du bist in der Lage, in dieser Woche dein Geschenk Gottes, das, was dir in die Wiege gelegt wurde, anzuwenden und die kostbare Fülle und Dankbarkeit, die du dann zurückerhältst, in wahren Wohlstand zu verwandeln. Erkenne dich das an, was du bist. Du bist die Essenz von allem. Also, eine Woche der absoluten Fülle. Eine Woche des Andersdenken und des Mehrfühlen. Eine Woche der neuen Wege. Ich wünsche dir von ganzem Herzen genau so eine Woche. Ich hoffe, es resoniert mit sehr, sehr vielen. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen, fürs Zuhören, für die Likes, die Abos, die liebevollen Kommentare, für die Wertschätzung via Paypal und Superbring. Vielen, vielen lieben Dank. Ich freue mich wirklich über alles. Du weißt, ich schicke immer eine riesengroße Dankesenergie an jeden Einzelnen zurück. Und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Vielen, vielen lieben Dank. Also, mach's gut.